ja hallo und herzlich willkommen zu let's play happy wheels wie versprochen spiele ich natürlich auch mit euch happy wheels und ja wir werden mal gucken was wir so machen werden als allererstes spielen wir hieraus ein spiel ja sorry aber ja zwei tipps mit spieler das hört sich gerade so an wie nach mir an ok noch mal haben wir leben noch leben noch leben noch leben noch will ihn nicht mehr ok spielen wir lieber es nur 99 prozent lang ich es nicht ungefähr ok die haben wir so bald ok 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 so einfach ist dann überleben wir das auch so einfach kann fliegen seht ihr geht doch dem gebieter fünf sterne weil das sehr einfach war das level editor ist dir was vergesst spiel doch mal eins dieser level youtube quiz ma schankst du mir geht doch who just okay da wollte ich gar nicht da wollte ich doch rein nein da will ich nicht haben thanks for playing das war total langweilig ich gebe dir nur drei sterne leider kann ich fünf minuten machen deswegen spielen wir mal lieber eins von den leveln crime city egal dann war es das für den part dann war es das jetzt für den ersten part und wir sehen uns dann schätze auf jeden fall wir sehen uns dann auf jeden fall im nächsten part und ja bis dahin tschüss 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 tschüss